Also der Sport bedeutet mir sehr viel, denn ich halte mich immer dadurch auch fit und das ist mir halt sehr wichtig. Als kleiner Junge habe ich Fußball gespielt, das waren zwei Jahre glaube ich, und dann habe ich dann Tennis sehr lange gespielt, glaube ich, das waren drei Jahre. Ja und dann war ich auch im Boxsport tätig, da war ich auch sehr erfolgreich, aber dadurch die Gesundheit, muss ich leider aufhören. Ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio, dann Zeiten von fünf bis sieben, also zwei Stunden. Ja, man fühlt sich dann immer so wie neu geboren, weil man dann halt richtig fit ist und ja, ich fühle mich halt selber wohl. Wenn ich mal zwei Tage oder so lange nicht gegangen bin, dann merke ich schon, ich werde schlapp. So wie ich das Fitness fühlt sich das gut an so. Ich bin Azubi im zweiten Lehrjahr. Meine Aufgaben sind hier eigentlich viele. Das Bedienen von modernen Maschinen, das macht mir sehr viel Spaß und das Arbeiten auch mit Holz, das macht mir auch großen Spaß. Als kleiner Junge habe ich immer irgendwas mit Holz gebaut und ja, dann habe ich gemerkt, das könnte dein Talent sein und ja, so bin ich dann hier reingekommen und mache jetzt hier meine Ausbildung. Also der Umgang hier mit den Arbeitskollegen ist sehr gut. Also wenn ich auch immer Fragen habe, dann wird mir immer weitergeholfen. Das finde ich hier sehr gut. Ja, also bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit meiner Ausbildung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.